Ich bin der festen Überzeugung, dass Maveo die Zukunft der Antriebstechnik maßgeblich und nachhaltig beeinflussen wird. Wir als Marante Company Group möchten Technologieführer für Antriebstechnik sein und unseren Kunden für ihre Anforderungen individuelle Komplettlösungen bieten. Komplettlösungen erarbeiten wir durch unsere eigenen Kompetenzen, die wir einbringen, aber verstärkt in Zukunft auch durch umfassende Kooperationen mit den unterschiedlichsten Kompetenzpartnern. Die Macher von Nymia bringen nicht nur die Kompetenzen, sondern auch die Begeisterung mit, die es unserer Meinung nach braucht, das Thema Connectivity und IoT zukunftsweisend zu bespielen. In Verbindung mit unseren Erfahrungen und unserer Begeisterung für Antriebstechnik entsteht so eine perfekte Partnerschaft für innovative Lösungen in diesem Bereich. Die Marante Company Group ist auf dem Gebiet der Antriebstechnik Vorreiter. Connectivity ist die Zukunft und Maveo bildet die Grundlage. Wir als Unternehmen profitieren in der Zusammenarbeit mit Nymia davon, dass flexibel und schnell Lösungen generiert werden. Durch die enge Kooperation haben wir die Grundlage für langfristigen Erfolg geschaffen. Nymia ist die Software, die uns mit Maveo ermöglicht, Produkte zu vernetzen und für schlaue Lösungen zu sorgen. Wir sind Nymia. Wir haben eine Plattform gegründet, schon 2013, die sich mit der Problematik befasst, dass Maschinen und Maschinen nicht so gerne miteinander reden. Zum anderen, dass smarte Produkte ganz generell nicht auf einem sehr hohen technischen Niveau sind. Die Plattform Nymia löst diese zwei Probleme. Zum einen kümmern wir uns mit der Plattform um das Betriebssystem, um die Wartung, um die Sicherheit und noch viel wichtiger, ein Open Source, ein offener Integrationsstack erleichtert die Aufgabe, neue Produkte und Systeme einzubinden. Mit Nymia als Plattform fokussieren wir uns unter anderem auf Access Control Systeme, wie Maveo eines ist. Türe, Tore und Zutritt begleiten uns tagtäglich einige Dutzend Male. Darum sehen wir darin großes Potenzial. Im Zentrum steht die Maveo Box. Darüber lassen sich Antriebe und Sensoren einfach einbinden und vernetzen. Als Beispiel haben wir ein Lüftungsszenario realisiert. Dort messen wir mit einem Sensor die Feuchtigkeit in der Garage. Wenn die Feuchtigkeit zu hoch ist, wird sich die Garage ein Stück weit öffnen und die Luftzirkulation setzt ein. Die Maratec Company Group ist aus meiner Sicht sehr innovativ und mutig, auch den Absprung in die digitale Welt zu schaffen. Sie entwickelt sich von einem Anbieter für Antriebssysteme zusehends zu einem Komplettlösungsanbieter und erfindet hier Use Cases und neue Geschäftsmodelle. Mit den Schlittstellen der Maveo Box haben wir die Möglichkeit, Geräte anderer Hersteller zu integrieren. Wir sind also offen für weitere Partner.